Im Hause Lombardi soll es einen Polizeieinsatze gegeben haben. Es geht um den Vorwurf der häuslichen Gewalt. Das sagte Sarah Engels in der Vergangenheit dazu. Große Aufruhr um Sänger Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Röpa, die auch die Mutter zweier seiner Kinder ist. Laut eines Berichts der Bild-Zeitung soll es in der Nacht von Montag, 7. Oktober, auf Dienstag, 8. Oktober, zu einem Streit zwischen Pietro und Laura gekommen sein, der ein heftiges Nachspiel hat. Uniklinik soll Laura Maria Röpa behandelt und Anzeige gegen Pietro Lombardi erstattet haben. Laut Pietros Anwalt Simon Bergmann darf der Sänger sein Zuhause aktuell nämlich nicht betreten. Gegenüber Bild erklärte Bergmann, dies sei Gang und Gebe, wenn der Vorwurf der häuslichen Gewalt im Raum steht. Die Uniklinik Köln soll Anzeige gegen Pietro erstattet haben, nachdem Laura Maria Röpa nach dem Zwischenfall dort behandelt worden sein soll. Pietro Lombardi lässt Gewaltverwürfe über seinen Anwalt dementieren. Pietro Lombardi und Laura Maria Röpa haben sich bislang nicht persönlich zu der Situation geäußert, dafür aber ein gemeinsames Statement abgegeben. Darin wird aber nicht auf Details eingegangen, sondern erklärt, die Presse versuche, den Konflikt zu verschärfen, nehme einige Aussagen nicht so genau. Pietros Anwalt wird deutlicher, unser Mandant hat in der Nacht zum 7. Oktober 2024 keine Gewalt gegenüber seiner Verlobten angewandt. Es kam zu Meinungsverschiedenheiten, die mit beidseitigen Beleidigungen verbunden waren. Es kam im Rahmen dieser emotionalen Auseinandersetzung auch zu gegenseitigen Berührungen, nicht aber zu einer Gewaltanwendung unseres Mandanten gegenüber seiner Verlobten. Soweit die Beamten vor Ort etwaige Verletzungen wie Druckstellen am Körper der Verlobten unseres Mandanten festgestellt haben wollen, stammen diese nicht von einer Gewaltanwendung durch unseren Mandanten. Dementsprechend hatte unser Mandant seine Verlobte auch nicht verletzt. Auch bei Pietro und Sarah Engels kam es zu einem Polizeieinsatz. Doch die Fans des Paares warten nicht nur auf weitere Infos von Pietro und Laura Maria, auch auf Sarah Engels wird nun mit Spannung geblickt. Bei der Sängerin handelt es sich um Pietros Ex-Frau, 2015 wurden die beiden Eltern ihres gemeinsamen Sohnes Alessio, 2016 folge die Trennung. Die Ehe ging damals in die Brüche, nachdem Sarah Pietro betrogen haben soll. In diesem Zusammenhang kam es Ende 2016 zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden, die Engels heimlich mit dem Handy filmte. In dem Video, das bis heute in Netz kursiert, sieht man Pietro Lombardi sichtlich aufgebracht und schreiend. Sarah Engels hatte Pietro Lombardi damals wegen Körperverletzung angezeigt. Auch darum sowie um einen Polizeieinsatz in der Zweitwohnung der beiden ging es in dem heimlich aufgezeichneten Streit. Zu hören ist auch, wie Pietro Sarah vorwirft, sie habe seinen Ruf kaputt gemacht, weil mein Ruf kaputt geht, nett deiner, und sie deshalb wüst beschimpft. Du machst das extra. Du rufst extra die Polizei, damit ich. Du hast mich provoziert, hast mich hier weggeschubst von der Tür. Da hätte keine Polizei hierhin gemusst. Sarah verteidigt sich, doch, weil du mich geschubst hast. Pietro Lombardi räumte später via Facebook ein, ja, ich habe Sarah von mir weggeschubst. Es tue ihm leid, so der Sänger damals weiter. Es hat mich sehr getroffen, was passiert ist. Zu einer Anzeige hätte es aber nicht kommen müssen, so seine Meinung.